Mein Name ist Michael Grabherr, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der SysCAN Machinery. Mein Bruder und ich haben die Firma vor fünf Jahren gegründet. Wir machen hauptsächlich Maschinen für die Babynahrungsbranche zum Abfüllen und Verschliessen von Dosen. Wir haben im Internet nach einer hygienischen Lösung für eine Motor-Getriebe-Kombination gesucht und bei Nord gefunden. Wir haben dann erst mal angerufen und ein Muster bestellt und haben den Motor bei uns getestet, um danach zu sehen, ob das Produkt auch zu uns passt. Die Nordantriebe werden bei uns in zwei Bereichen eingesetzt. Zum einen für den Dosentransport und zum anderen beim Füller. Je nach Anwendungsbereich können bis zu 4000 Dosen pro Stunde transportiert, befüllt und verschlossen werden. Bei Nord hatten wir die Möglichkeit, Motor, Getriebe und Elektronik so zu kombinieren, dass wir eine einheitliche hygienische Lösung bekommen können. Durch den modularen Aufbau unserer Förderbänder können wir überall denselben Motor verwenden, was uns den Einkauf erleichtert. Überzeugt hat uns die Flexibilität der schnellen Kundenservice und auch die Hilfe vor Ort bei den Kunden, wie zum Beispiel in China, wo wir sehr viele Maschinen im Einsatz haben. Wir sind sehr zufrieden, da das modulare System von Nord unsere hohen Anforderungen optimal abdeckt. Wir sind sehr zufrieden, da das in vielen Wetter geholfen. uernde Mänen so an wirklich zufrieden, der in der 75 Jahre Homem abdeckt. Wir sind sehr zufrieden, da das inGebämpden haben. Wir sind sehr zufrieden, da das in Schrozen geholfen donde wir alles bei uns stehen. Wir sind einady, da das in Gebet, das ganze Haus und die uns stehen. Wir sind sehr gut, da das in Gebet mit dem wir sagen. Wir sind sehr gut, da das in die manchen zählen und wir sind sehr gut weiter. Wir sind eigentlich, was noch nicht zufrieden. Wir sind zwei Jahre, und wir sind sehr gut, da das in gar nicht. So wie sehr gut, da das in der Nähe ist. Wir sind ein kleines Problem, das stimmende, das in der spanning der Gefensteht,